Humanistische Grüße, meine lieben Freundinnen und Freunde, ein wunderschönes Hallo und ja, das Thema Kampfdrohnen für die Bundeswehr, ein Thema, was mich schon länger umtreibt, weil ich war ja auch in Afghanistan 2005, 2007 und habe damals nicht kampffähige Drohnen auch im Einsatz bekommen und seitdem, also es ist ein bisschen gewachsen das Thema, habe ich mich dann später immer mehr mit dem Thema beschäftigt und auch mich mit dem Thema Kampfdrohnen, also Bewaffnung von Drohnen beschäftigt und das Thema stand schon lange so ein bisschen auf der Agenda und deshalb heute ein kleines Video dazu, es soll nicht so sehr um die, um technische Details gehen, sondern eher um das große Ganze, ist es sinnvoll, Kampfdrohnen für die deutsche Bundeswehr anzuschaffen, zu beschaffen und natürlich auch einzusetzen und los geht's, meine lieben. Wenn wir über Drohnen und oder Kampfdrohnen sprechen, dann sprechen wir immer über unbemannte, ferngesteuerte Flugobjekte, die von Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden, entweder direkt im Einsatzgebiet oder halt von außerhalb im Einsatzgebiet gesteuert werden. Das Ganze geht zurück auf, also der Einsatz von diesem Instrument, der Kampfdrohnen geht zurück auf die Anschläge vom 11. September und dem sogenannten Krieg gegen den Terror, wo laut IPPNV, also das ist so eine Friedensorganisation, eine internationale, 2015 haben die einen Bericht rausgebracht, dass schon über eine Million Tote in den Ländern Irak, Afghanistan, Pakistan diesem Krieg gegen den Terror zum Opfer gefallen sind. Damit ist nicht gemeint, dass die per Drohne umgekommen sind, das ist nur so der ganze komplette Hintergrund ganz kurz zusammengefasst und dieser sogenannte Krieg gegen den Terror von den USA mit der Invasion in bestimmten Ländern hält ja noch an und ein Instrument, was die USA oder eine Reaktion darauf, auf die Anschläge, war ja dieses Ausrufen des Krieges gegen den Terror und die Invasion und als ein Instrument in diesem Krieg gegen den Terror wurde angefangen, unbemannte, bewaffnete Kampfdrohnen, zum Beispiel die Drohne Reaper, einzusetzen, als Instrument einzusetzen, um sogenannte Terroristen, die man mithilfe von Metadaten, mit Handys, mit Geheimdienstdaten ausfindig gemacht hat und die man seitdem gezielt mit einer Kampfdrohne tötet. Darum geht es im Großen und Ganzen, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Wir werden gleich noch zu Zahlen kommen, die ich dazu gefunden habe und um euch einen kleinen Einblick zu geben, weil das ist halt ein Riesenthema, ich kann ja auch kein 3 Stunden Video machen, okay kann ich schon, aber kein Bock. Hier ein kleines Video, was ich zu dem Thema gefunden habe, um euch mal einen Einblick zu geben. Ich ernebe mir, was ich eine Wedding, ich meine... Ich meine, dies waren die Leute, die sich in die Zeit lieben, die sich zu erleben, die Leute, die sich in der Zeit freien, ... a Wedding, you know, wie... ... aber jemand in der stellen, das war ein Schweres, und wir werden nicht orders philosophy, die diese Leute'er Leben zu nehmen. Es war einfach... ... point... ... und click. . A plane arrived and bombarded the wedding ceremony in some nearby houses including my own. rund 50-60 Menschen wurden martyreden und 50-60 Menschen wurden verletzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 durch alle Präsidenten seit George W. Bush und vor allem auch durch einen Präsidenten, der einen Friedensnobelpreis bekommen hat. Wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt und mit beschäftigt meine ich ein bisschen mehr als nur mal so ein Video gucken, dann zumindest für mich tauchen dann bestimmte Fragen auf und die habe ich euch hier mal ein bisschen zusammengefasst. Also tragen wir mit solchen nicht kontrollierten Drohnenprogrammen nicht auch dazu bei, dass Menschen fliehen, fliehen müssen? Ist das nicht auch ein Beitrag zu einer Fluchtursache? Schaffen wir uns damit nicht auch neue Feinde? Weil ihr müsst ja auch immer überlegen, wenn so ein Drohnenangriff in so eine Hochzeitsgesellschaft einschlägt und sagen wir mal, es trifft wirklich einen Terroristen, der irgendwas geplant hat auf eine US-Botschaft oder whatever, ist egal, weil im Endeffekt will ich keine Menschenleben gegeneinander aufwiegen, trifft es trotzdem immer noch ganz, ganz viele Unschuldige, die man halt als Collateral Damage, Kollateralschaden in Kauf nimmt und sich dann schon die Frage stellen muss, wenn ich von 101 Terroristen habe, was ist denn mit den anderen 99 und deren Familien? Schaffen wir uns damit? Schaffen wir nicht neue Feindbilder? Schaffen wir nicht neue Aggressionen dadurch? Ist das das richtige Mittel? Setzen wir diese Technologie sinnvoll ein? Denn es gibt ja auch gute Beispiele für die Technologie der Drohnen, also in der Landwirtschaft, in der Verkehrsüberwachung oder auch bald vielleicht in der Auslieferung von Paketen. Das muss man so ein bisschen berücksichtigen. Da könnte man jetzt über jedes einzelne Thema nochmal ein extra Video machen. Mal gucken, ob ich mir da nochmal irgendwas rauspicke. Aber da würde ich euch bitten, denkt mal über diese Fragen nach. Denkt auch vielleicht darüber nach, die USA haben seit diesem Krieg gegen den Terror, ja, auch schon absurd, diese Wortzusammensetzung, also es ist so irgendwie mit, Feuer mit Flammen bekämpfen, so. Die haben seit 2001 über 2,4 Billionen, also über 2.400 Milliarden US-Dollar dafür ausgegeben, für den Krieg gegen den Terror, für das Ganze, diesen ganzen Militärapparat, der dahinter steht. Das ist jetzt nicht nur die Drohnen, das ist so die komplette Zahl, die ich dazu gefunden habe. Und da kann man sich schon mal die Frage stellen, hätte man nicht auch sinnvollere, Sachen damit machen können. Als so ein Drohnenprogramm zum Beispiel aufzubauen, was nicht transparent ist, was gezielt Menschen ohne rechtliches Verfahren in anderen Ländern gezielt tötet, aufgrund von Metadaten. Und da schwebt noch im Raum, dass das über Deutschland geht, über die US-Airbase Rammstein, gibt es auch genug Berichte, die ist bei Kaiserslautern, dass das durch ein Überseekabel dorthin geht und die Drohnenpiloten in den USA die Drohne im Nahen Osten steuern und die Signale quasi über diese Basis in Deutschland gelenkt werden und es gibt es dadurch nicht auch eine deutsche Beteiligung an diesem Drohnenprogramm. Diese Fragen müsst ihr euch stellen beziehungsweise auch die Frage, ist das rechtens? Sollte das so sein? Sollten wir uns damit nicht mehr auseinandersetzen? Und ist das nicht vielleicht auch Staatsterrorismus, ja? Also wenn ein Staat sagt, ich nehme mir die Freiheit heraus, ohne rechtsstaatliches Verfahren Menschen in anderen Ländern nicht nur einzelne Leute mit einer Drohne zu beschießen und sie zu töten, sondern auch Kollateralschäden in Kauf zu nehmen und eine ganze Hochzeitsgesellschaft hoch zu jagen, weil dort ein vermeintlicher Terrorist oder eine Person, die als Terrorist gekennzeichnet wurde, drin ist. Diese Fragen und noch viele weitere Fragen könntet ihr euch, solltet ihr euch auch vielleicht stellen, vielleicht auch im Hinblick auf eine mögliche indirekte deutsche Beteiligung. Nun gibt es die Diskussion, ob die deutsche Bundeswehr Kampfbronn anschaffen sollte, ja schon ein bisschen länger und gerade Politiker der CDU und auch teilweise von der SPD sind da sehr pro eingestellt und zum Beispiel auch die EU-Kommissionspräsidentin, die ja mal, Präsidentin, die ja mal Verteidigungsministerin war, Frau Ursula von der Leyen und ich habe hier ein paar Pro-Argumente und auch Kontra-Argumente zusammengeschrieben, also ein Pro-Argument, warum die Bundeswehr Kampfdrohung anschaffen sollte, wird dann immer gesagt, okay, es gibt in diesen Ländern halt Terroristen und wir brauchen ein Instrument, da sind wir wieder, um unsere Soldaten nicht zu gefährden und aus sicherer Distanz diese Gefahr unschädlich zu machen. Ist aber immer die Frage, wer gibt der Bundeswehr dann Daten darüber, ob diese Person eine Gefahr ist, wer entscheidet dann, ob diese Person auch per Drohne getötet wird oder nicht und wie viel Kollateralschäden nimmt man denn als deutsche Bundesregierung dann in Kauf, weil die deutsche Bundeswehr ist ja in dem Fall dann nur das ausführende Organ und die Exekutive und die Frage natürlich auch, ist dieser Einsatz von Kampfdrohnen, also ist jetzt ein hypothetischer Einsatz von Kampfdrohnen in diesen Ländern legitim, erreichen wir damit irgendwas? und vielleicht auch die Frage, warum sind wir in diesen Ländern und bringt das was? Ich war ja selber zweimal in Afghanistan und ich glaube nicht, dass wir uns daran beteiligen sollten, um das schon mal vorweg zu sagen, weil man kann sich ja auch mal angucken, was diese ganzen Einsätze gebracht haben in diesen anderen Ländern und ob es nicht sinnvoller wäre, darüber nachzudenken, ob es einen anderen Weg gibt als Kampfdrohnen anzuschaffen vor dem Hintergrund der Gefährdung der Soldaten. Man könnte natürlich auch sagen, okay, ich schicke die Soldaten gar nicht erst in den Einsatz. Eher weniger unschuldige Opfer als mehr, kann man so sehen, aber wenn ihr euch nochmal, wenn ihr nochmal zurückgebt und euch die Zahlen anguckt, stellt euch mal selber die Frage, sind das eher weniger als mehr Opfer beziehungsweise wer weiß denn wirklich, ob diese Terroristen, die umgebracht wurden, wirklich Terroristen waren oder hat vielleicht auch nur die Ansammlung von Daten, von Metadaten, die falsche SIM-Karte im falschen Handy dazu geführt, dass diese Person als Terrorist markiert wurde. Präzision und schnelle Reaktion für die Einsatzkräfte kann man so sehen, aber auch da ist immer die Frage, was macht die Bundeswehr in den Einsätzen und wie kommt es dann zu dieser Entscheidung? Es gab ja zum Beispiel 2009 in Kunduz einen Angriff auf ein Tanklaster, also ein Tanklaster war vor dem Camp und ein damaliger Oberstleutnant hatte die Befehlsgewalt und hat dort gedacht, das ist eine Gefahr, seine Einschätzung war falsch, er hat Luftschläge angeordert, die durch die USA ausgeführt wurden und hat sehr viele Unschuldige ums Leben gebracht. Also präzise und schnelle Reaktion, schnell vielleicht, präzise, naja. Meine wichtigsten Kontraargumente sind auf jeden Fall, dass es kein rechtsstaatliches Verfahren gibt und dass es eine gezielte Tötung wäre von Menschen aufgrund von Metadaten, was die USA schon machen, dass sich keine Automatisierung des Krieges wird, wo ein in der Regel ein Algorithmus auch darüber entscheidet, also es gibt ja auch noch die, es wäre ja auch noch denkbar, dass es, dass die Kampfdrohnen, die noch gesteuert sind von Soldaten, irgendwann auch automatisiert Ziele bekämpfen, ja, aufgrund von bestimmten Daten, dass der Soldat quasi gar nichts mehr machen muss und vielleicht irgendwie 20 Kampfdrohnen, die autonom handeln, einfach nur überwacht, so, dass der Pilot nicht mehr selber fliegt und das Wichtigste, es ist natürlich unmenschlich und es macht Krieg abstrakt, wie ihr ja auch gesehen habt, es hat diese Videospiel- und Gaming- Komponente und wir müssen uns immer fragen, ist das das richtige Mittel, um die Konflikte in dieser Welt zu lösen? Ich glaube nicht und wenn ihr euch mal ein bisschen was dazu angucken wollt, habe ich hier schon mal ein paar Sachen rausgesucht, also ein paar Sachen wurden ja dazu auch verfilmt, Good Kill, Eye in the Sky und National Bird, das sind die drei und natürlich das Ganze, was ein Stück weit da mitschwingt, ist natürlich die Story von Edward Snowden und ja, der Film dazu auch, Citizen Four, also auf jeden Fall sehr sehenswert, wenn ihr irgendwie euch, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, mal in die Thematik einzusteigen. Ein sehr bekannter Friedensaktivist, Noam Chomsky, Professor für Linguistik am Massachusetts Institute of Technology in den USA, hat zu diesem ganzen Drohnenprogramm Folgendes gesagt, A drone strike is a terror weapon. We don't talk about it that way. It is, just imagine, you are walking down the street and you don't know, whether in five minutes there is going to be an explosion across the street from some place up in the sky that you can't see. Somebody will be killed and whoever is around will be killed. Maybe you will be injured if you are there. That is a terror weapon. It terrorizes villages, regions, huge areas. It is the most massive terror campaign going on by a long shot. Das hat Noam Chomsky vor einigen Jahren schon zu dem ganzen Drohnenprogramm gesagt und stellt euch selber die Frage, sollte Deutschland sollte, was auch immer, für eine Bundesregierung Kampfdrohnen anschaffen? Ich bin auf jeden Fall dagegen und ich würde mich freuen, wenn ihr euch mit der Thematik beschäftigt. Gebt mir gerne auch eine konstruktive Rückmeldung dazu. Ich bin sehr an Gesprächen darüber interessiert, auch wenn ihr es komplett anders seht, lade ich gerne ein zum sachlichen Diskurs und sage humanistische Grüße und bis bald humanistische Grüße und danke, dass du dir das Video angeschaut hast. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du das Video likest, teilst und auch kommentierst. Wenn du sonst noch irgendwelche Fragen hast, dann schreib mich einfach an. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis bald. Bis bald.